Diese Folge wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect ist eine Performance Food Brand mit Produkten zur Steigerung deiner mentalen Leistungsfähigkeit. Suchst du nach einem Weg schneller in Ketose zu kommen, dann ist Rocket C8 von Brain Effect genau das Richtige für dich. Wie der Name schon sagt, besteht Rocket C8 aus 100% C8 Fettsäuren, also Kaprülsäure. Diese Kaprülsäure ist die optimalste der mittelkettigen Fettsäuren. Es ist geschmacksneutral und daher kann man es wirklich überall einsetzen, egal ob im Kaffee, auf dem Salat oder in Smoothies. Der Vorteil daran ist, dass auch Getonkörper gebildet werden können, wenn du Kohlenhydrate zu dir nimmst. Wenn ihr das Rocket C8 Öl auch testen möchtet, könnt ihr das unter www.brain-effect.com kaufen. Mit dem Gutscheincode EVOLUTION RADIO SHOW bekommt ihr sogar 20% auf alle Produkte von Brain Effect. Den Link zum Shop und den Gutscheincode findet ihr in den Shownotes. Folge 115. Macht Erythrit dick? Der Wunsch nach der Süße ohne Reue ist groß. Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben wir einige Substanzen entdeckt oder im Labor erzeugt, die süß schmecken, ohne jedoch Kalorien zu liefern. Manche dieser Substanzen haben sich als gesundheitsschädlich erwiesen. Manche scheinen unbedenklich zu sein. Als neue Süßstoffe am Markt haben sich in den letzten Jahren die sogenannten Zuckeralkohole etabliert. Die Ergebnisse einer aktuellen Studie regen zur Sorge an. Könnte Erythrit etwas mit Übergewicht zu tun haben? Bevor wir auf den eigentlichen Artikel eingehen, möchte ich ein paar Worte zu Zucker und Süßstoffen sagen. Generell ist es erstrebenswert, sich Süßigkeiten und Naschen abzugewöhnen. Egal ob Zucker oder Süßungsmittel, der Griff zum Goodie sollte die Ausnahme bleiben. Vorab ein paar Definitionen zu Zuckeralkoholen und dass wir wissen, was Zuckeralkohole überhaupt sind. Also Zuckeralkohole oder Poliole sind im Gegensatz zu Süßstoffen Kohlenhydrate, die aus der Reduktion von Zucker gewonnen werden. Sie haben eine etwas geringere Süße als Zucker und so zwischen 2 und 0 Kalorien. Im Unterschied zu Zucker erhöhen sie den Blutzuckerspiegel nicht oder nur geringfügig. Sie benötigen kein Insulin für den Abbau und sind daher für Diabetiker geeignet. Die Zuckeralkohole sind, so wie die Süßstoffe, eine große Gruppe mit teilweise sehr unterschiedlichen Eigenschaften. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Verträglichkeit, ihrer Wirkung auf den Blutzucker und ihrer Wirkung auf den Insulinspiegel. Nun zur aktuellen Studie. Die Autorin ist Katie Huthmann und der Titel lautet Erschienen ist das Ganze 2017 in den Proceedings of the National Academy of Sciences. Die Arbeit von Katie Huthmann und Kollegen hat zu einem großen Aufschrei in der LCAF-Gemeinde geführt. Erythrit soll zu Übergewicht führen oder Übergewicht begünstigen? Kann denn das sein? Die Erythrit-Gegner haben auch nicht lange auf sich warten lassen und in der Studie eine Bestätigung der grundsätzlichen Skepsis dem Zuckeralkohol gegenüber mit dem suspekten Namen gesehen. Erythrit kann ja nicht gut sein. Ist ja nicht natürlich. Oder doch? Aber dazu später. Erst einmal zur eigentlichen Studie. Was wurde gemacht und was waren die Ergebnisse? Untersucht wurden College-Studenten, und zwar 172 an der Zahl, im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Die Auswahl der Teilnehmer war randomisiert und auf gleichmäßige Verteilung der Geschlechter wurde geachtet. Erfasst wurden anthropometrische Daten, Blutplasma, nicht nüchtern, sowie die Körperzusammensetzung via Dexascan. Untersucht wurden verschiedene Metabolite, also Stoffwechselendprodukte, hinsichtlich ihrer möglichen Rolle als Prädiktor für die Entwicklung von Übergewicht. Die Studenten wurden dann hinsichtlich ihrer Fettmasse und dem HbA1c eingeteilt. Daraus ergaben sich vier Phänotyp-Gruppen. Erstens Fettmasse-Zunahme in der Bauchregion, dann die zweite Gruppe, stabile Fettmasse, dritte Gruppe, HbA1c in den Top 25% und die vierte Gruppe war HbA1c in den untersten 10%. Nun, was waren die Ergebnisse der Studie? Nach einem Jahr haben 75% der Studenten an Körpergewicht zugelegt, also mehr als 0,5 kg. Bei 66% der Teilnehmern konnten die Forscher eine Fettzunahme in der Bauchregion feststellen. Die Frage war dann, gibt es Metabolite als Prädiktor für die Zunahme in der Bauchregion? Die Forscher haben sich verschiedene Metabolite angesehen, neben Erythritol auch Fructose, Laktat, Valin und Leuzin. Es gab Unterschiede in allen genannten Metaboliten zwischen den Gruppen. Allerdings erreicht nur Erythritol das Signifikanzlevel. Interessant ist, dass die höchsten Erythritolkonzentrationen in der Gruppe zu finden waren mit der geringsten Zunahme an Bauchfett, während die niedrigsten Erythritolwerte in der Gruppe mit den größten Veränderungen der Bauchfettmasse zu beobachten waren. Nimmt man Erythrit über die Nahrung auf, dann werden 90-95% über den Hahn ausgeschieden. 5-10% werden zu Erythronat oxidiert. Der menschliche Körper ist allerdings auch in der Lage, Erythritol selbst aus Glucose zu synthetisieren. Darauf komme ich aber dann gleich noch genauer zu sprechen. Wie interpretieren jetzt die Forscher die Ergebnisse? Die Autoren der Studie finden signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen, was Fructose- und Erythritolkonzentrationen betrifft. Sie sehen eine positive Assoziation zwischen Erythritol im Plasma und dem Auftreten von Fettmassezuwachs in der Bauchregion. Weitere Untersuchungen werden benötigt, um diese Ergebnisse verstehen zu können, so der Schlusssatz der Forscher. Ich möchte noch ein paar Worte zur Assoziation und zur Statistik sagen. Bevor wir die Ergebnisse weiter besprechen und inwieweit sie für uns relevant sind, ein paar Worte zu statistischen Zusammenhängen. Die Forscher sehen eine positive Assoziation. Das bedeutet, dass Wert A und Wert B gemeinsam auftreten. Einen ursächlichen Zusammenhang kann man aus dieser Studie noch nicht ableiten. Wir können also nicht sagen, dass A B verursacht. Eigenproduktion gegenübergestellt Aufnahme von außen. Also endogene Produktion versus exogene Exposition. Was die Autoren der Studie auch bemerken ist, dass wir noch nicht wissen, was das mit der exogenen Aufnahme von Erythrit zu tun hat. Und ob überhaupt das Erythrit, das die Autoren in den Blutproben gefunden haben, stammt ja aus eigener Synthese, also aus eigener Produktion, und zwar aus Glucose. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Punkt. Die Autoren schreiben, dass in bisherigen Studien nicht gezeigt werden konnte, dass Menschen Erythritol endogen, also selbst, herstellen können. Sie zitieren dazu eine Studie aus dem Jahr 1993 von Hill et al. Dies scheint jedoch nicht mehr ganz aktuell zu sein. Bei weiterer Recherche stellt sich heraus, dass Erythrit von Föten diverser Wiederkäuer selbst produziert wird. Und nicht nur Wiederkäuer, sondern auch den Menschen. Erythrit und andere Poliole findet man im menschlichen Fötus und der Plazenta. 2005 im Journal Pediatric Research, das gehört zur Nature Publishing Gruppe, veröffentlicht Broussati et al. eine Arbeit mit dem Titel Die Autoren sagen, dass andere Zucker und Zuckeralkohole wie Inositol, Sorbitol und Erythrit wichtige Energielieferanten für das Ungeborene darstellen. Diese Zuckeralkohole finden sich in signifikanten Mengen in der Nabelschnur und in geringen Mengen auch im Blut der Mutter. Besonders interessant ist, dass es zwischen Mutter und Fötus einen relativ großen Konzentrationsgradienten, also Unterschied, gibt. Dies unterstützt die Annahme, dass der Fötus selbst Poliole wie Inositol, Sorbitol und Erythrit synthetisiert. Die biologische Bedeutung von Poliolen hat dadurch zugenommen, dass man größere Mengen in Samen und Reproduktionsorganen findet. Erythritolproduktion beim Rind steigt mit fortschreitender Trächtigkeit an und erreicht einen Peak in der Mitte der Trächtigkeit. Die Bedeutung und der Fokus der Forscher auf Erythritol, gerade in der Veterinärmedizin, hat etwas mit einem Bakterium namens Bruceller zu tun. Brucellien sind kurze, stabförmige Bakterien. Sie kommen in Geschlechtsorganen und im Harntrakt von Rindern, Schafen und Schweinen vor. Sie führen unter anderem zu Plazentitis, also einer Entzündung der Plazenta, Abort und Vergrößerung der Geschlechtsorgane. Brucellen haben eine besondere Vorliebe für Erythritol entwickelt. Mit steigender Erythritolkonzentration steigt auch die Anfälligkeit für eine Brucelleninfektion. Das heißt jetzt nicht, dass Erythritaufnahme über die Nahrung zu einer Brucelleninfektion führt. Die metabolische Besonderheit der Geschlechtsorgane liefern Nährstoffe, die dem Stoffwechsel von Bruceller sehr entgegenkommt. So etwas nennt man auch Parasithost-Co-Evolution. Erythritol im Serum als Indikator für Übergewicht Welche Rolle könnte Erythritol im Serum nun als Marker für Übergewicht spielen? Das ist ja die zentrale Frage. Wir wissen nun, dass die endogene Synthese, also die Eigenproduktion von Erythritol, nicht wirklich etwas Ungewöhnliches ist und sehr wohl in Menschen bereits beschrieben wurde. Erythritol ist besonders hoch konzentriert in Samen, Geschlechtsorganen, Plazenta, Nabelschnurblut und dem Fötus selbst. Erythritol und andere Poliole dürften eine Rolle in sich entwickelnden Geweben spielen. Zum Beispiel Manose ist notwendig für die Synthese von Glykoproteinen und die Glykophospholipiden. Die signifikant höheren Plasma-Level von Erythritol in der Gruppe, die einen deutlichen Zunahme am Bauchfett hatten, gegenüber der Gruppe mit stabiler Adipositas, sind interessant und könnten ein Hinweis auf Fehlregulation im Pentosephosphat-Pathway sein. Bei Übergewicht und Fettleibigkeit sehen wir oft, dass die Signalwege überexprimiert, übermäßig ausgeprägt werden, welche Zellwachstum, Proliferation und generell Anabole-Prozesse regulieren. Ähnliches könnte auch hier der Fall sein. Endogene Erythrit-Synthese könnte auch ein Marker für gestörte Energiegewinnung sein, Wird aus Glucose-6-Phosphat nicht Pyruvat, wie das eigentlich passieren sollte, sondern vermehrt Erythritol-Synthetisiert, könnte das auch ein Hinweis auf eine gestörte Glykolyse sein. Eine andere Hypothese, die nicht allzu weit hergeholt ist, wäre die der Dysbiose. Wir wissen, dass Bakterien in unserem Darm eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Übergewicht spielen. Erythritol-Synthese wurde zuerst bei Bakterien beschrieben. Es wäre durchaus denkbar, dass das Erythritol im Plasma seinen eigentlichen Ursprung in bakterieller Synthese im Darmlumen hat, von dort über eine gestörte Barrierefunktion der Darmwand in das Blut übertritt und aus diesem Grund dann dort auch nachweisbar ist. Ähnliches sehen wir bei Lipopolysacchariden, auch kurz LPS genannt. LPS sind Bestandteile der Zellmembran von Gramm-negativen Bakterien. Sie provozieren eine starke Immunantwort und können im Plasma nachgewiesen werden. Was ist nun das Fazit? Abschließend bleibt zu sagen, dass wir eigentlich noch nicht wirklich viel wissen. Von der Beobachtung höherer Erythritolwerte im Plasma bei Übergewichtigen zu der Vermutung, Erythritol fördert Übergewicht, das ist schon ein sehr großer Schritt und höchst spekulativ. Ich denke aber, es ist eine spannende Beobachtung, die definitiv weiterer Forschung bedarf. Vor allem im Hinblick auf meine Alternativhypothesen, was die Aktivierung von Wachstumsfaktoren zum Beispiel, die Fehlregulation der Energiegewinnung oder sogar die bakterielle Komponente betrifft, da sollte man weiter forschen. Alle Referenzen und den Link zu den Studien findest du in den Shownotes. Halt, 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 noch nicht ausschalten! Falls du mehr zu dieser Folge wissen möchtest, den Link zu den Shownotes findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jeder Daumen nach oben und jedes Abo hilft uns. Wenn du jetzt an jemanden denkst, dem diese Folge sicher weiterhelfen kann, dann teile sie doch! Wenn du eine unserer vorigen Folgen anschauen möchtest, die findest du gleich hier. Also, bis zum nächsten Mal!